Yo YouTube, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Wir fliegen rüber zu Pumpin to the Monkey nach FFM, zu Miché seinen Leuten, so ne, da sind ja viele von Miché seinen Leuten vertreten, deswegen gucken wir uns das ganze Video an, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke, ne, Pumpin to the Monkey, Miché, einer seiner älteren Arme, let's go, let's go. Ja, genau, so fängt das an, ich liebe es. Ein Aufwand, hier ein Video zu bekommen, deswegen befinden wir uns heute hier in Frankfurter Bauch, sobald ich hier bin, hier einen Fuß setze, passiert irgendwas, ja? Ich glaub ehrlich, wenn Pumpin Monkey an dieser Stelle in Frankfurt ist, so in der Innenstadt, die Leute kommen selber auf die Stadt zu, ne, 100 Prozent. Aber manche kommen auch von zu Hause, ey, Pumpin ist in der Stadt, Digga, man denkt, Cristiano Ronaldo ist in der Stadt, Digga, die kommen wie Insekten. Also da, da, irgendwas passiert, guck mal, das ist allein so Disney's große Pause. Wie geht's dir? Gut. Wie fandst du das Video, was wir gemacht haben? Pff, Katastrophe. Der ist auch jeden Tag. Und bei dir? Der ist auch jeden Tag dabei, halt. Er ist auch immer in der Stadt und so. Der läuft jeden Tag in der Stadt. Wieso? Äh, die Bestände, die Kinder waren alle da, und deswegen. Was war das Problem, wo lag das Problem? Das war ein Missverständnis. Was war das? Ein Missverständnis. Zum Beispiel mit dir, ne? Hast du dich gar nicht gut verstanden? Guck, die, ne, mit... Oh, die, Digga, die gesagt hat, Digga, ich kenne diese ganze... Bruder, wie wir das letzte Mal gesagt haben, und die ist wieder dabei. Ich glaube, das ist jetzt das vierte oder fünfte Video, ne? Vierte? Ich weiß nicht, vierte oder fünfte Video, wo die dabei ist, und die hat gesagt, die will eigentlich gar nicht mehr... Wie alt ist die eigentlich? Chat, weiß das jemand? Siebzehn. Siebzehn. So sie, sie so laut. Sie schlägt mich. Sie schlägt dich? Ja, es... Doch, hab ich gesehen. Ich hab gesehen. Doch. Vor der Kamerluck sie. Was hat sie das gemacht? Warum hast du... Komm mal her, warum hast du ihn geschlagen? Ich hab nicht geschlagen. Darf ich kurz zwei Tinder machen? Ich hab nur so gemacht. Mehr hab ich nicht gemacht. Ich schwöre auf Angst. Der gleiche Tag. Ah, okay. Boah, Papel, du schlau. Das war kein Tinder-Video. Mhm. Na, du. Nein. Was hast du gesagt? So viel Schmink hast du dich nicht schlagen. Ah. Oh mein Gott. Der hat es smart gemacht, Digga. Zwei Videos an einem Tag. Man muss ja auch produktiv im Leben sein, ne? Verteidigung, wie bitte? Das ist schon zu viel. Du hast jetzt hier wie vor Gericht, Einspruch, was? Das ist schon zu viel, die Hand zu heben gegenüber einer Frau. Es ist zu viel. Nein, guck. 100%, 100%. Außer sie sagt, schlag mich. Spaß, Spaß. Weil Miché ist das so, Digga. Wenn eine Frau sagt, schlag mich in diesem Ton, da macht er das halt auch gern. Spaß, Spaß. Ich bin da bedeckt. Ich mach gar nichts. Ich frag das, Frau, Frau, Frau ist da. Aber wenn eine Frau so einen Mann schlag oder einen Jungen schlag, das ist okay. Doch, hör die. Sie hat dich nicht geschlagen, weil sie hat dich geschubst. Wie hättest du sie? 22, oder ne? Ja, 22 hätt ich, glaub ich, gesagt. Was hättest du denn von Frankfurter Jungs? Du bist kein Mann in meinen Augen, du bist einfach ein ***. Wow. Wow. Sag mal zu, weil nur *** gehen gegenüber ***. Und du bist nur ***. Ja, und du bist auch keine Frau in meinen Augen. Das ist kein Mann, deswegen boxe ich dich gleich weg, wenn du die... Oh. Ah, die ist immer noch übsch. Hast du das oder das? Hast du das oder das? Hast du das genug plammiert? Ich wäre an deiner Stelle, wäre ich jetzt komplett leise. Ey, die meinte, du sitzt auf Flasche. Was sagst du dazu? Du doch, oder? So, der, Digge. Die meinte, du sitzt auf Flasche und er ist wirklich einer, der auf Flasche sitzt. Hey, gut. Aber Bruder, wenn du erhörst, mach das nicht. Wenn nicht. Was hast du gesagt? Sag ich, pack aus und er kam ***. Warum meinst du? Okay, also sie ist immer noch... Irgendwie sieht sie schlechter aus, finde ich. Mittlerweile, sag ich dir ehrlich. Ich glaube, es ist immer noch eine Szenen. Es kommt doch gar nichts mehr von ihm. Er weint doch gerade, oder nicht? Ich hör nichts mehr. Ey, der Arme, lass die mal. Ja, er wird hier gemobbt. Sie ist eine Frau, sie beschützt mich wenigstens. Okay, ganz einfach. Ich wollte dich schlagen. Girls, support girls. Lieben wir. That's the power that we need. Auch wenn so, du lässt sich von einer Frau schlagen. Weißt du was schminkt? Und außerdem, warum soll ich dich schlagen? So, guck mal, ich hab einfach nur ein Problem gegen euch, weil ihr nur das eine wollt und weil ihr alle Mädels hier anmacht. Okay, und es geht nicht. Mensch ist Mensch. Kann ich dir eine Frage stellen? Das ist nicht persönlich gemeint. Wie lange brauchst du, um dich zu schminken? Ey, das ist gemein. Man merkt echt, die ist jung, Digga, wie die sich auch geschminkt hat und so. Ja, Bruder, so schminkt man sich, glaube ich, noch im Kindergarten. Genau, es hat auch in 24 kein Foundation mehr, das Motto. Ja, das ist vorbei. Das ist eine normale Frage. Ich weiß nicht, so eine halbe Stunde, Stunde. Halbe Stunde, Stunde? Ich hab mir noch keinen. Warte mal, warte mal, was? Okay, ist locker jetzt, 15, 100 Prozent. Und dann schafft er sich nicht durchs Minken. Ey, hör mal auf, jetzt hinterzumachen, bei Gott. Da hast du deine Klamotten geklaut, hast du? Ja, von wo hast du? Deine Klamotten, hör mal auf, Alter, sei doch. Von Sugar Daddy hat sie bekommen, alles gut. Was? Von Sugar Daddy hat sie bekommen, ja? Ja, guck mal. Er hat die ganze Zeit aus Sugar Daddy gesucht, so, gesucht, gesucht, gesucht. Er hat keinen gefunden, weil es keinen gibt, also bitte, sei leise. In Frankfurt, in Frankfurt, solche Sch*** wie euch alle, kann man bestimmt viele finden. Was hast du gesagt? Er will uns, so Sch*** wie uns alle, weil er macht doch jedes Weif an, ey. So, deswegen, bis jetzt, ich hab keine gefunden in Frankfurt, weil der, ja, denkst du, ein richtiger, ein richtiger Mann steht auf Schlampfer? Au, 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 au. Bellma. Der blende Schlümpfer, ey. Bellma, mach mal Wuff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt was sage, dann sagen sie, ich geh nicht auf Familie. Brauch aus, auf Familie zu gehen. Komm mal, komm mal, geh nicht zu. Ja, komm her, warte. Oh, komm. Oder ich dachte, das ist irgendwie ein Video für Frieden, Digga, aber das ist ein Video für Eskalation, ja? Nix mehr. Es war schon heiß, und jetzt geht's weiter. Eine Frage, du sagst, du stehst nicht auf Sch***, ne? Du sagst, du stehst nicht auf Sch***, rennst aber Mädchen hinterher, als wären sie, keine Ahnung, was. So, weißt du? Keine Ahnung, Leckerli oder so. Ein Hund rennt hinterher. Wann bin ich... Wann bin ich... Hallo, hallo. Wann bin ich hinterm Mädchen gerannt? Bruder, ja. Also diese Videos sind eigentlich auch gut, um Deutsch zu verlieren, muss man auch an dieser Stelle sagen. Weil welche Sprache reden die in diesem Video, Digga? Man denkt, die reden in lud stereotypen. Mensch, Mensch inkratimasmodus? Warte mal, war private mal. Wann ist er hinter Menschen gerannt? Ich weiß nicht genau, wann er gerannt ist hinter einem Mädchen, aber er macht Kommentare wegen ihrem A- Welcher A- Diese A- Wo du gerade noch geguckt hast, wo du noch anfassen wolltest, wo du leckst Dieser A- Denkst du, jeder ist so weltlos wie du? Hä? Hä? Drück, Junge, dein Argument war... Jeder ist was? So wertlos, wertlos Ich hab vorerst verstanden, weltlos, Digga, ehrlich Wertlos Ibo Hä? Nee, komm mal, ey, ey! Jawohl, die vor Kamera So hast du gemacht, das Grosch, wo du sie gesehen hast, Junge, bei Gott geküsst, ey, du hast bei mir? Du hast bei mir? Du hast bei mir? Du hast Lava Rote Unterhose Was? Sieht aber was, diese Chihuahuas? Hör mal zu Siehst du überhaupt was, Chihuahuas? Siehst du überhaupt was? Alhamdulillah, ich seh deiner Dings Walla, ich seh alles Du, ich weiß, danke schön Du brauchst mir keine Komplimente zu geben, mein Schatz Ich brauch von dir keine Komplimente Bruder, kannst du sehen mit diesen Augen hier? Halt dein Maul Ohhhh Ohhhh Toll, Mann Deine Zähne Augen auf, Alter Wenn ich keine Crack-Szene haben will, wie du Ich brauch Ich brauch Hahahaha Ich will mich darüber hinzuzeigen, noch, Mann Ey, sie Tobias, Tobias Ich lass dich, okay, Tobias Alles gut Du siehst aber so aus wie so ein Felix, Digga Das ist halt zum Hallo 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 Was hättest du von Frankfurter Jungs Nicht alle Ich sag euch ehrlich Die Sonne Die Sonne bringt auch nix mehr Guck mal, du bist so weiß, wie oft hast du es gespritzt bekommen? Sei mir ehrlich Kein einziges Wort Halt mal sein Junge, du mit deinen Löchern unter Hause, bitte Halt deine behinderte Halt mal meine Mutter, bitte Sei einfach leise sein, ich schwöre, der hat keinen Bruder, ich sag nur eins Wer wollte von meinem Bruder was haben? Hä? Wer wollte mein Bruder haben? Hä? Wer wollte mein Bruder haben? Ich wollte nie was von deinem Bruder haben Wer wollte was von meinen besten Freunde haben? Du, ja Aber sie nicht von dir Halt deine Wolltest du was von Deinem Aber er hat doch erzählt im letzten Video, dass er die weggemacht hat Also wollte sie irgendwie doch schon was holen Oder? Hat sie auch weggemacht Nein, nein Was war das? Guck mal, ganz kurz Mach ich auf, mach ich auf Nein Seht ihr sie Seht ihr diese Flecke da? Seht ihr diese Flecke da? Hallo Von mir Digga, guck mal hier Guck mal hier Einfach Loch in der Hose, die ist so fett Das ist so fett Wenn sie auf die Waage geht Digga, zeig ich euch, geht so rot Die ist so fett Digga, die Waage geht so ganze Digga Du bist so fett Digga Bei dir kannst du doch nicht mal eine Einzügeweite zu leisten Sag mal leise, wenn ich dich sehe, steck an Nutella Digga, sag mal leise Hoppala Hä? Verstehe dieses Video nicht so ganz Wenn ich sie, dann denk ich an Nutella Hä? Ich brauch Hilfe Ach Jungs, ja, seid ihr zusammen Lecker Ey, was war das? Nutella ist wirklich lecker Nutella ist echt lecker Einmal in die Kommentare, Nutella mit oder ohne Butter? Wer, Nutella mit Ja, ich glaub das war's, oder? Butter ist, hat keine Ahnung, Bruder Salat mit Salz oder ohne Salz Nein Also du wolltest was von ihr, hat sie gesagt Warum wollte ich was von ihr haben? Oder? Was? Stand der nicht auf dich? Nein Was ist das? Welcher war das? Die sind gehört von diesen Abgani Gucci Gibt's hier einen, wo du sagen würdest, mit dem zeig ich, also mit, da würde ich mit dem Finger zeigen und sagen, der ist mein Typ Nein Guck dich mal im Augenblick Nein Wer war das? Wer war das? Wer zum Beispiel Das ist mein Vater, Jungs, mein Opa, keine Ahnung, was er ist, also Oder? Das ist mein Vater als Craig Das ist mein Opa, keine Ahnung, was er jetzt aussagt Was mein Vater als Craig Gott, schade, deine Mutter habe ich verloren Guck mal, der kann nur auf Mutter gehen, ich schwöre auf alles, wie peinlich der ist, Junge Wieso sagst du, dass er dein Vater ist, Jungs, hast du überhaupt Die ist echt, die hat keinen Grips, ja Geht's da oben noch, oder was? Mein Gott, der ist 50 oder so und blamiert sich in Frankfurt Ja, er ist ein Meme, ein Meme, sein Vater, der hat seine F*** zu halten, bitte Einmal leise seine Schwöre Oder bitte den, der kauft dir billige Hosen, bitte Nein Ich glaube, der ist mal zu mir gekommen, hat gefragt, ob er, der wollte mal mit mir irgendwas machen, ich schwöre auf alles Woah Woah Guck mal, die Garten, guck mal Sag das doch mal laut Guck mal, der wollte ja irgendwas machen, der ist mal zu mir gekommen, hat irgendwas gesagt Ich weiß nicht was, okay, aber irgendeine von Das ist Aferlullah, Schweine sind Haram und wir Muslime sind schillern, nicht mit Schweinen Was ist das? Was? Was hast du gesagt? Ich habe gesehen, wie sieht es aus wie ein Schwein und Schweine sind Haras Ja, ich würde es nicht mehr so sagen, Junge Ey, bitte, du bist zu mir gekommen, wo wolltest du was meinen? Hallo, erstmal dein Casualien Schweinerei Was? Ich habe keinem was verstanden, ich schwöre auf, meine Mutter redet Deutsch, wenn du mit mir redest, Junge Guck mal Ja, sie kann nicht perfekt Deutsch, sie hat auf der Straße gelernt, weißt du Was? Echt? Oder was? Mann, Digga, lass mal raus, Digga Das Video ist echt komplett sinnlos, Digga Eigentlich muss man das zu Ende gucken, weil vielleicht was hier was spannend ist Nein Lass einfach durchgucken, ehrlich, lass einfach komplett abschalten und Gehirn ausschalten und einfach gucken Was laberst du? Weil Lira am Mund stinkt, deswegen ein Abstand ist besser Ja, 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 ja Du weißt doch gerade halt deine Schnauze, Junge Juss Mann, zwar dein Freund, aber er hat heute noch mir zugezwinkert und wollte, dass ich zu ihm kommen Ja, du hast ihn zugezwinkert und wolltest, dass ich zu ihm kommen Ja, du hast ihn zugezwinkert und wolltest, dass ich zu ihm kommen Ja, zwei Wochen hast du noch mit der *** angefasst, dreimal Darf ich noch mal? Guck mal, hallo, hallo. Hallo, *** sind besser, die verkaufen sich. Ihr seid nur schlimmer, ihr werdet von jeder anpassen. Was? Bruder, schwirre. Ihr seid nur schlimmer. Hallo, *** sind besser, die verkaufen sich. Ihr seid nur zu schlimmer. Ihr werdet von jeder Hand fassen. Was? Was? Hast du das aus TikTok? Was hab ich... Irgendwelche Battle? Nein. Unsere Cherry ist da. Was ist hier das Problem? Ja, was ist das Problem hier? Was muss ich klären? Du musst gar nix klären, gar nix. Bring dir da hinten einen Mann und kämpf mal gegen den. Du wirst verlieren. Du bist eine ***. Ich habe eine Frage. Eine Frage, eine Frage. Ist der in der Lieben echt? Hallo, 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 hallo. Putz mal deine Nase, da ist Puffel. Ja, viele, nicht eine. Guck mal. Hallo. Oh Gott. Sie ist lecker, glaube ich. Sie ist lecker. Lecker? Ich will einfach machen. Ich will einen bei ihm machen. Du hast doch so viel Geld. Du hast ja damit geprallt gerade eben. Hol dir mal eine Zahnspange. Dein Zahn dahinten. Du bist aus, als ob du ein Straßenpenner bist. Hör mal auf, ey. Ohne Spaß. Mietchen mag das, weißt du. Ist der Schmuck echt? Was hast du getrunken? Was machst du da? Gibbel? Ist es echt? Nack, du kannst fliegen mit deinem Wippern. Was ist das, Junge? Bist du Batman, Junge? Fliegst einfach so hoch, Junge. Halt den, ey. Oh, sein. Der ist auch richtig in seinem Film mit seinem Anzug. Ehrlich, Digga. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Frag ich dir ehrlich. Könnte Nathans Freundin sein. Ehrlich? Ja. Glaub ich auch. Willst du auch weitergucken? Digga, es geht nicht mehr. Ehrlich, Digga. Das ist echt trash, Digga. Ich kann nicht mehr. Die Leute sind so durch, alle die ganzen Sachen. EiiGHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEyeah E agora HINNAUND unseren結end abgalen. Aber das, was die jetzt mal is behind the scene. EEEEUGHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEABIL, EienciaEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHEAHE częstoEL Ainho von ez da es Morfisa'st zглийner, Andy ist behind the scenes du Wheel,